Bilder, die vom Regiment Azov veröffentlicht wurden, sollen einen Schusswechsel auf einem Gelände in der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol zeigen. Das Regiment ist eines von mehreren freiwilligen Bataillonen, die im Ukraine-Konflikt seit 2014 gegen pro-russische Separatisten kämpfen. Die Angehörigen der ukrainischen Kämpfer im Stahlwerk Azovstal in Mariupol haben die Regierung in Kiew erneut darum gebeten, die Soldatinnen und Soldaten zu retten. Es gebe eine neue Verhandlungsrunde über einen Fahrplan für eine Evakuierungsoperation, hieß es aus der ukrainischen Regierung. Man arbeite eng mit dem Roten Kreuz sowie den Vereinten Nationen zusammen. Zudem habe sich die Türkei angeboten, in den Verhandlungen als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine zu agieren. Die Regierung in Kiew geht davon aus, dass wahrscheinlich Zehntausende von Menschen in Mariupol getötet wurden, seit Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert ist. In der Stadt ist die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Strom und Heizung seit Wochen unterbrochen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky warf Russland in einer Videobotschaft vor, verstärkt Schulen und Gesundheitseinrichtungen anzugreifen. Mehr als 100 Krankenhäuser seien vollständig zerstört worden, sagte Zelensky. Russland habe in der Ukraine eine taktische Niederlage erlitten, wolle dies aber nicht zugeben. Russland ist eine sehr, sehr, sehr schöne Konsequenzen. Russland hat eine sehr, 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 sehr gute sabesung.